Das ist Alex. Alex arbeitet in einem Lager als Gabelstaplerfahrer. Ah, ein Kollege ruft. Holen wir mal drei Lehrpaletten aus dem Lager. Alex macht sich gleich auf den Weg. Er kommt am Wareneingang vorbei. Hier sind gerade mehrere Paletten eingetroffen. Sein Kollege ruft ihm zu. Das muss in Lagerregal 3 und die Palette in Gang 6. Alex macht sich Notizen auf einem Papier und lädt die Paletten auf. Er gibt Vollgas und übersieht fast einen Kollegen mit Hubwagen. Gerade nochmal gut gegangen. Im Lager angekommen kann Alex seine Notizen nicht mehr finden. Er muss seinen Kollegen nochmals anrufen. Wohin nochmal? In dem Moment kommt die Lagerleiterin Sabrina. Sie erkennt das Chaos und will eine wegeoptimierte Lösung finden, um Alex zu unterstützen. Sabrina begibt sich sofort auf die Recherche und kontaktiert verschiedene Anbieter für ein Stapler-Leitsystem. Sabrina benötigt für ihr Lager eine flexible und unabhängige Lösung. Außerdem sucht sie zusätzlich nach einem wegeoptimierten Transportleitsystem, das moderne Technologien wie RFID, GPS oder UWB abbilden kann, um noch weitere Intralogistikprozesse einzubinden. Sie stößt auf die L-Mobile, die genau diese Anforderungen erfüllt und ihr die Möglichkeit gibt, neben Gabel- und Hochregalstapler auch Routenzüge, fahrerlose Transportsysteme und Co. zu integrieren. Und das Stapler-Leitsystem von L-Mobile hat sogar noch ein Ass im Ärmel. Es integriert das ERP-System von Sabrinas Firma und bietet so Datentransparenz und Bestandsaktualität auf allen Ebenen. In Echtzeit. Und das Beste? Sabrina kann sich eine solche Stapler-Ortung Indoor und Outdoor direkt bei der L-Mobile in Sulzbach anschauen und sich selbst vom Einsatz eines intelligenten Stapler-Leitsystems überzeugen. Sabrina kommt zurück und ist begeistert, welchen Mehrwert eine Stapler-Verwaltung bieten kann. Neben dem ERP-Bezug ist der Kollisionsschutz und die Möglichkeit zur Auswertung von Fahraufträgen und Staplerfahrten ein absoluter Mehrwert der Lösung. Nie wieder Leerfahrten und unnötige Doppelfahrten. Die Tagesordnung von Alex wird nun bestimmt durch papierloses und wegeoptimiertes Abarbeiten aller Transportaufträge durch die Stapler-Verwaltung von L-Mobile. Wollen auch Sie in einem Real-Life-Szenario sehen, wie Lager- und Produktionsprozesse papierfrei abgebildet werden können und gleichzeitig wertvolle Impulse einholen, wie andere Unternehmen aus Industrie und Handel ihre Prozesse digitalisieren? Dann besuchen Sie den L-Mobile Expert Day 2020.